Ich halte normalerweise keine Ansprachen, aber das scheint ein großer Moment zu sein. Es ist nicht leicht, wenn einen der MI5 in meiner Abteilung verbannt. Selbst schuld. Nur wer Scheiße gebaut hat, kommt ins Law House. Ich will ehrlich sein. Mit euch zu arbeiten war der Tiefpunkt einer enttäuschenden Karriere. Na dann. Wonach suchen sie denn da? Nach dem Überbleibsel einer einst vielversprechenden Karriere. Das Law House ist wie der Knast. Da fragst du nicht. Warum bist du hier? Ich würde dir mal was wirklich Nützliches machen. Ich könnte mich hier kaum noch mehr langweilen. Sie wissen, wie viele es vom Law House wieder hoch in den Regions Park geschafft haben. Euch zum Denken zu kriegen ist wie zu versuchen, einem Hund Norwegen zu erklären. Keiner. Sieh dir das mal an. Eine Geiselnahme. Das ist irgendwo hier. Damit deutet, dass endlich irgendwas los ist. Was immer da auch vor sich geht, ist ein Job für richtige Agenten. Nicht für euch Versager. Wir sind nur die Slow Houses. Ich hab ne Spur. Ich muss ihr nachgeben. Sie werden mir helfen. Oh nein, bestimmt nicht. Ob's Ihnen gefällt oder nicht, das Slauer steckt mittendrin. Was treiben Sie da? Ich wollte ihn nicht umbringen. Selbstverständlich nicht, hätten Sie's gewollt. Wäre er noch am Leben. Sie riskieren Menschenleben. Das ist ein inoffizieller Einsatz. Ich treffe Personalentscheidungen, ob nun über ihrs oder das von irgendjemand anderes. Sie verwischt ihre Spuren. Aber am Ende ist es immer das Verwischen der Spuren, das einer erledigt. Gott, Ihnen liegt wirklich was an denen, oder? Nein, die sind nur ein Haufen beschissener Loser. Aber es sind meine Loser. Aber es sind meine Loser.